Alles in Ordnung. Na, wo bleibt denn School B? Na, so langsam müsste er erst einmal kommen. Hallo meine lieben Freunde, ich bin's, die Irene. Hey, was macht ihr denn da? Hallo Irene, wir warten auf School B. Ah, ich seh, da kommt er endlich. Ha, hallo School B, das wurde aber Zeit. Hallo Allemann. Äh, School B, du hast aber gar keinen Platz. Hoppla, da ist ja wirklich kein Platz. Hm, ich glaube, die Sachen, die da drin sind, gehören an ihren Ort. Oh, das hier sind ja Autoräder. Eins, zwei und noch eins. Hm, ich glaube, die Räder gehören in die Autowerkstatt. Na, dann wird's Zeit, dass wir in die Autowerkstatt gehen. Kommt mit. Äh, Mist. Äh, komm schon. Äh, so klappt das hier nicht. Oh, hallo Klaus. Sag mal, ich hab hier diese Räder gefunden. Gehören die dir? Äh, hallo Irene. Räder? Zeig mal. Oh, ja. Also die könnte ich gebrauchen. Dankeschön, Irene. Gern geschehen, Klaus. Wir sehen uns. Tschüss. Oho, was ist das denn? Aha, eine Fahne. Ach, vielleicht gehört die hier dann auf die Bushaltestelle. Oh, hübsches Pomi. Komm her. Wollen wir vielleicht gemeinsam spielen? Ähm, ich glaube, ich weiß, woher die Jungs ist. Diese zwei Dinge kommen. Kommt mal mit. Da wären wir also auf der Kirmes. Und schaut mal. Ich glaube, ich weiß, wo unser Pony hingehört. Hier. Juhu. Ah, ich glaube, die Fahne gehört hierhin. Juhu. So, jetzt ist hier alles wieder in Ordnung. Wir gehen wieder zurück. Also, schauen wir mal nach, was hier noch übrig geblieben ist. Aha, das ist ja Knete. Die hier ist rot und die hier orange. Hm, weißt du was, Sirene? Die Knete gehört auf die Fabrik. Tatsächlich. Na dann, ab in die Fabrik. Hey, Bro, wann kommen denn die nächsten Zichelsteine? Ich habe keine Ahnung. Wir haben keine Knete mehr. Wer hat hier von Knete gesprochen? Oh, du bist gerade rechtzeitig. Und, wir können anfangen. Also, wir machen jetzt ein paar neue Ziegelsteine. Ich bin bereit, Irene. Dann fange ich jetzt an. Super, duper, auf geht's. Super, dann können wir wieder zurückgehen. Auf. So, ich glaube, jetzt ist Schoolbee bereit. Alle Mann einsteigen. Yay. Juhu. Juhu. Wartet auf mich. Hey, ihr wartet auf mich. Und, da wären wir im Hauptquartier. Juhu. Es liegt zu Hause. Wajaha. Na, endlich. Endlich. Endlich nach Hause. Ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller. Brum, 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 brum. Ab in die Garage. Tschö. Viel Spaß, Kinder. Dankeschön, Scooby. Bis bald. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben. Folg diesem Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi, tschüss. Tschüssi, tschüss.